Hallo zusammen. Toll, dass ihr wieder in die Schule kommt. Aber ihr wisst, wir haben immer noch ein Problem mit dem Coronavirus. Wir müssen vorsichtig sein. Corona ist ein Virus, das krank machen kann. Wenn dich ein kranker Mensch anhustet oder dir die Hand gibt, kann er das Virus weitergeben. Aber wir können uns schützen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Hände gut waschen. Wenn wir von draussen reinkommen, nach dem WC, vor dem Essen und nach dem Nasenputzen, waschen wir mit Seife die Hände. Wir husten oder niessen in die Armbeuge. So wird das Virus gestoppt. Teilt euer Znüni nicht mit anderen Kindern. Wenn wir jemanden treffen, sagen wir Hallo oder winken uns zu. Aber die Hand geben wir uns nicht. Ihr dürft den Lehrerinnen und Lehrern nicht zu nahe kommen. Wir müssen Abstand halten. Ganz wichtig, hört auf das, was eure Lehrerinnen und Lehrer zum Coronavirus sagen. Es ist im Moment vieles anders an der Schule. Aber zusammen sind wir stark und schaffen das.